Aber ich denke diesmal könnte es etwas einfacher für uns werden. Okay, wie auch immer sich der blaue Gegner hier ausgebreitet hat. Naja, alles kapieren muss man nicht unbedingt. Außer, dass ich schon meinen ersten Imp verloren habe. Und nochmal zwei Imps verloren durch diese Wache hier. Das geht ja mal gar nicht. Die will unbedingt Ärger haben. Na, wüsste was? Wir haben genug Mana, also holen wir mal den Horn hier raus. Der drischt zweimal drauf und dann sind sie Geschichte. Und hier haben wir noch riesengroße Goldvorräte. Das ist schon etwas verlockend. Ja, lassen wir Horn hier ruhig mal da wüten ein bisschen. Ist ja nichts dabei. Eine Geheimtür wurde in eurer Anlass stattgegangen. Ich stehe doch nicht mal nicht, dass wir zu verfolgen. Das brauchen Sie nicht. Peter, falls Horn hier euch zu aufsässig hat, könnt ihr ihn mit einem einzigen Knapp aus eurem Reich hinauswerfen. Euer Zauber-Spruch Irmerschaffen wurde verbessert. So, macht mal andere nützliche Sachen. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Jetzt dürften sie hinkommen, weil ich hier eine kleine Schatzkammer errichte. Schatzkammer Okay, wir haben schon mal vier Helden getötet. Theoretisch könnten wir jetzt mal drauf warten, dass wir wieder genug Mana haben, um Horn hier zu rufen. Und ich denke mal, das werden wir jetzt vorerst auch machen, weil meine Kreaturen müssen ja hoch trainieren. Deswegen in der Zeit, wo sie trainieren, können wir mit Horn hier aufräumen. Und ein bisschen Sicherheit Sicherheit hier einbauen. So. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Während die Ems in Ruhe das Gold hier scheffeln, was ich immer wieder in meine Hauptschatzkammer rüberbringen kann. Mein Casino kann noch etwas größer gemacht werden, so. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Na ja, was wir auch mal machen müssten, sollten demnächst... Schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Oh, das können wir doch schnell ändern. Ich frage mich gerade, ach so, ja, schwarze Ritter schlafen auch in solchen Betten. So. So. Um die magischen Türen können wir uns auch mal drumherum ausbreiten. Ach, da breitet sich der Gegner aus. Naja. Der eine Imp ist nicht der Rede wert. Was ich gerade versuche zu finden, ist der Weg in den schwarzen Tempel. Ah, da hingegen können sich die die Ims nicht ausbreiten. Deswegen bleibt mal hier. Meine Trolle können die Fallen bauen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Schlagt mal für mich bitte... Nein, doch, lieber nicht. Ein paar von euch sind mir zu schwach. Du siehst aus wie in Stufe 3. Genau, du kannst mir da eine Presche reinschlagen. Und zwar mache ich das am besten selber. Wir sind zufrieden mit eurem Dungeon. Wenn ich das nämlich von hier aus mache, kann ich mich dann... kann ich dann einfach mit Hornita rein preschen und noch mehr Gegner töten. Äh, noch mehr Helden töten. So. Und rückzug. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Und wieder in den Dungeon mit hier. Ah ja, nebenbei Casino. Casino vergrößern. Äh, wo ist denn das Casino? Da. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Das müsste jetzt aber groß genug sein. Mit so vielen Roulette-Tischen. Okay, ich denke mal ist es bald wieder Horni-Zeit. Okay, auf der Seite hat sich blau etwas ausgebreitet. Das sollten wir mal ganz schnell wieder rückgängig machen. Da schlagte ich mit meinen schwarzen Rittern rum. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfahre. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Ich denke mal langsam ist es Zeit für Horni. Und mal alle Ems wieder in meine Dungeon zurückziehen. Euer Zauberspruch Symbiose. wurde verbessert. Irgendwann fängt ja Horni an ordentlich Mana zu verbrauchen. Wenn mein Mana dann gegen null geht, dann verschwindet er ja wieder. Ja genau jetzt. Ach ja, das Gold sollte ich hier noch abholen. Und dann sollte ich die Schatzkammer da verkaufen. So. Und da haut Horni auch schon wieder ab. Und wir mhm. Periodisch können wir hier mal das Gold auch ausgraben. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Auch wenn sie nicht zur Schatzkammer kommen. So, haben wir schon wieder ordentliche Portion Helden eliminiert. Ich will mal kurz hier rein spitten. Äh, den Zauber müsste ich eigentlich sprechen können. Ja. Bingo. Das bedeutet, ich müsste hier durch, wenn ich an die... Äh. Dann schlag mal hier die magischen Türen ein. Oh, hier patrouillieren ja noch ordentlich viele. Also ich glaube, Blau hat kaum eine Chance, sich hier ordentlich auszubreiten. Ah, nein. Ihr sollt nicht sterben. Geht lieber weiter trainieren. Geht lieber weiter trainieren.